8.8.2024, wir befinden uns im dritten Jahr und davon Tag 167 des Ukraine-Krieges. Herzlich Willkommen, ich begrüße Sie zum täglichen Lagebericht, gesponsert von americansubs.com, Ihrem Partner für Fitness, Gesundheit und Bodybuilding. Wir beginnen gleich einmal mit dem interessantesten Frontabschnitt, der aktuell das Auge der meisten Betrachter auf sich richtet. Das hellblaue Gebiet ist laut dem letzten Stand ukrainisch kontrolliert, während im gelben Gebiet Kampfhandlungen gemeldet wurden, jedoch nicht sicher ist, wer gerade die Kontrolle übernommen hat. Ich weise noch einmal darauf hin, dass die Situation sehr dynamisch ist und die meisten Informationen über diesen Abschnitt aus pro-russischen Quellen entnommen wurden. Das bedeutet, dass die Front auch etwas anders aussehen könnte. In diesem Fall geht man davon aus, dass die Ukrainer etwas weiter in russisches Kernland eindringen konnten, als bisher gemeldet wurde. Bei Sucha versuchen die Ukrainer die Stadt nun einzukesseln. Durch die russische Verteidigungslinie konnten sie ja bereits gestern brechen und den Westen der Stadt erobern. Nun scheinen sie sich um die Stadt herum zu bewegen, um den russischen Nachschub abzuschneiden. Die Russen erreichen die Stadt, wenn überhaupt, nur noch aus dem Osten, jedoch geben Kanäle wie Rebar bereits an, dass die Ortszufahrt durch Minen oder Drohnen unpassierbar gemacht wurde. Die Russen geben der Gruppe Ahmad die Schuld für den Durchbruch an der Verteidigungslinie bei Sucha und behaupten ebenfalls, dass die Ukrainer nur so weit gekommen sind, weil sie so viele Söldner besitzen würden. Also die typischen Gründe für ukrainische Territorialerfolge. An der blauen Stecknadel wurden ebenfalls Ukrainer geolokalisiert und das ist gleichzeitig auch die am weitesten entfernte Geolokalisierung, die ich bisher finden konnte. Diese befindet sich 16 Kilometer von der Grenze entfernt, was bedeutet, dass die Ukrainer hier innerhalb eines Tages einen rasanten Fortschritt vermelden konnten. Jetzt fassen sie aber auf, die pro-russische und auch kremlnahe Quelle Rebar, welche eigentlich als verlässlich gilt, meldet, dass die Ukrainer bereits 30 Kilometer vorrücken konnten und das wäre in etwa doppelt so weit wie hier eingezeichnet, also ungefähr in der blau gestrichelten Linie. Das würde dann auch mit der gestrigen Aussage des Militärkorrespondenten übereinstimmen, der ähnliches meldete. Beide Quellen lieferten aber keine Geolokalisierung, aber es sind pro-russische Quellen, welche natürlich relevant sind, wenn es um ukrainische Angriffe geht. Wenn man diese theoretischen 30 Kilometer, wir gehen jetzt einfach mal von 16 aus, mit dem Fortschritt der Russen im Donbass vergleicht, dann sieht man natürlich gleich, dass hier in zwei Tagen ungefähr das zurückgelegt worden ist, wie in fast einem ganzen Jahr im Donbass. Da muss man aber auch natürlich erwähnen, dass die Ukrainer hier das Überraschungsmoment auf ihrer Seite hatten und die Grenze vom FSB und Wehrpflichtigen verteidigt wurde. Das erkennt man ja auch sehr gut an diesem Video, da sie relativ tief im sogenannten Feindesland entlang von Straßen und Feldern herumfahren können, ohne auf Minen oder Feindgräben achten zu müssen. Das wäre an der Ukrainefront kaum möglich, und zwar auf beiden Seiten. Ebenfalls ergeben sich ganze Gruppen an russischen Soldaten, was wahrscheinlich auch auf die Wehrpflichtigen zurückzuführen ist. Schließlich ist die relativ gute Ausrüstung in der Ukraine im Einsatz und die Soldaten, die die Grenze überwachen, haben ja wenig bis gar keine Fronterfahrung, da das ja auch verboten ist. An der roten und runden Stecknadel konnten die Russen einen deutschen Mara-Schützenpanzer aufklären und mit einer Drohne treffen. Hier sehen wir die Ansicht aus der Drohnenkamera und der Mara besitzt sogar das taktische Zeichen für diese Spezialoperation, wie sie mittlerweile in Anlehnung an die russische genannt wird. Im Video sieht man nicht, wie er zerstört wird, nur wie etwas danach raucht. Die Russen haben wieder den Teil mit der angeblichen Zerstörung herausgeschnitten. Demnach ist nicht sicher, ob dieser Mara-Schützenpanzer aus deutscher Herstellung zerstört worden ist. Getroffen wurde er aber auf jeden Fall. Im Westen befindet sich noch das Dorf Snagost, in welchem die Ukrainer ebenfalls vor der Ortseinfahrt stehen und gesichtet wurden. Erste Kampfhandlungen wurden bereits gemeldet. Noch ein Stück weiter im Westen evakuieren die Russen nun das gestrichelte Gebiet. Die Zivilisten können es freiwillig verlassen und mit den Behörden Evakuierungsmaßnahmen einleiten. Bisher ist diese nur freiwillig, da man hier von einem ukrainischen Angriff über die Hauptstraße ausgeht. Auf russischer Seite geht man nämlich davon aus, dass hier eventuell ein weiterer ukrainischer Angriffsweg eröffnet werden könnte, was natürlich den Druck in diesem Gebiet um einiges erhöhen wird. Hier wurde ebenfalls noch ein Bild aus der Region Kursk hochgeladen, das Soldaten der Gruppe Ahmad zeigt. Diese sind von der Eidergruppe, welche vom 204. Spezialkräfteregiment sind. Diese waren zuvor in Wovchansk, was auf eine Truppenverlegung hindeutet. Wie komme ich darauf? Nun ja, man sieht ja die Patches und diese Patches gehören eben dieser Gruppe. Aus dem Grund lässt sich das recht leicht zuordnen. Das bedeutet natürlich, dass die Russen nun Einheiten aus Wovchansk, welches ja von den Russen halbwegs besetzt ist, abziehen mussten, die dann dort fehlen werden. Da muss man natürlich auch sagen, dass diejenigen, die abgezogen worden sind, von denen wir es natürlich wissen, wie beispielsweise hier von Teilen der 204. keine Frontkämpfer waren. Also die haben nicht an der Front gekämpft. Die Gruppe Ahmad ist meistens dafür da gewesen, um eben die regulären russischen Einheiten als Speertruppe weiter in den Kampf zu schicken. Die Stimmung im Kreml ist natürlich schlecht und die Russen wollen nun 100 Euro für jeden auszahlen, der in den betroffenen Gebieten lebt, welche sie nicht verteidigen können. Die Geste gilt selbstverständlich nur für diejenigen, die es auch nötig haben. Ebenfalls meldeten mehrere Telegram-Kanäle, dass YouTube seit dem ukrainischen Angriff bei Kursk in Russland gar nicht mehr erreichbar sein soll. Das gilt für den Desktop als auch für die mobile Version. Die Lage ändert sich stündlich, weshalb Sie unbedingt den Kanal abonnieren sollten, um auf gar keinen Fall ein Video zu verpassen. Nur hier kriegen Sie die geballte Ladung an relevanten Informationen in einem Kurzvideo geboten und das jeden Tag und natürlich absolut kostenfrei. Unterstützen Sie mich also gerne mit einem Abo, wenn Ihnen die Arbeit dahinter gefällt. Wie wir sehen läuft es in diesem Abschnitt aktuell recht gut für die Ukrainer. Wo es aber nicht gut läuft, ist an der Ostfront, zu der wir jetzt sehen werden. Wir haben nämlich die Russen weiterhin die Initiative und das sieht man auch an den aktuellen Geländegewinnen. Bei New York konnten die Ukrainer die Russen zurückdrängen, jedoch nur wenige Häuserblocks. Es wurde wieder mitgeteilt, dass die Kämpfe hier wieder neu anlaufen. Das bedeutet, das gerade frisch befreite Gebiet könnte auch schon wieder unter russischer Kontrolle sein. Die Kämpfe hier sind tatsächlich recht schwer. Die Russen versuchen mit voller Gewalt weiter gegen Norden vorzurücken, während sie eben auch aus dem Norden in Richtung Süden vorrücken wollen. Sie sehen es ja selber in zwei Angriffsrichtungen, um eben die ukrainischen Stellungen hier großräumig einkreisen zu können. Die Lage ist also weiterhin schwer für die ukrainischen Soldaten, auch wenn sie hier gerade einen lokalen Geländegewinn für sich verzeichnen konnten. In Richtung Pokros konnten die Russen den Ort Schilane erobern. Das kommt wenig überraschend, wenn man sich die letzten Lageberichte angesehen hatte, bei denen ich das ja auch ankündigte, da die Russen ja den Nachschub bereits vor zwei Seiten abgeschnitten haben und zudem am Ortsland standen. Dasselbe gilt auch für Serivka und den Norden von Ivanovka. Hier konnten die Russen auch durch die nächste ukrainische Verteidigungslinie brechen, welche eben bei Serivka lag. Wie gesagt, das ist keine physische Linie, die einmal komplett da durchgezogen worden ist, wie hier auf der Lagekarte. Das sind mehrere Außenposten oder mehrere Stellungen der Ukrainer, welche hier eigentlich recht gut ausgebaut wurden, um den russischen Vorstoß eben zu verringern. An der Front bei Volodar konnten die Russen auch weiter voran rücken. Die Versorgungsstraße ist nun in greifbarer Nähe und nur wenige hundert Meter entfernt. Die einzelnen Minenfelder davor blockieren noch den Weg, sowie einige ukrainische Stellungen. Aber wir sehen ja selber, hier wurde ein recht großer Geländegewinn auf russischer Seite vollbracht. Und damit bedanke ich mich wie immer fürs Zuhören. Lassen Sie gerne ein Abo, Like oder Kommentare. Und bis zum nächsten Lagebericht. Bis zum nächsten Mal.